Jetzt wird's lustig und ich weiß, was kommt. Eine absolut dunkle Höhle. War das? Loaded State? Moment, ich suche gerade meine State. Ich werde das Ganze mit Save States machen. Aus dem simplen Grund, dass ich halt absolut keine Ahnung habe, was ich hier tue. Ich hab einen Gegner gefunden, das ist schon mal gut. Ähm, du bist kaputt. Okay, das wird lustig. Komm mal vor, Marschok. Komm mal vor. Bin hier. Jetzt bin ich irgendwo. Da ist eine Leiter. Äh. Sackgasse? Was tue ich hier? Was tue ich hier? Oh. Oh. Ähm. Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Fakt ist, hier ist eine Leiter. Ist das? Das ist die Leiter. Okay. Ich kann also theoretisch auch in die Richtung gehen. Da ist eine andere Leiter. Wie komme ich denn da hin? Von hier? Nicht. Von hier auch? Kann ich runter? Ja, ich kann auch noch runter. Achso, das ist sogar noch eine dritte Leiter. Ja, gut. Mensch. Es geht also da rechts lang. So weit bin ich schon mal. Das ist doch absolut nicht witzig. Oh, 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 oh. Schritt bringt nix. Ähm. Ja. Seht zu. Ich weiß genau, was ich tue. Das ist doch so doof. Okay, hier kann ich lang. Wo bin ich eigentlich gerade? Äh. Irgendwo. Irgendwo da. Da bin ich. Also ich weiß jetzt genau, wo ich bin. Ich bin jetzt quasi... Hier geht's lang. So, da geht's das Stück runter. Und das bringt mir nix. Ich muss irgendwo hier runter. Und dann... Idealerweise nach links. Und dann... Und dann... Nach... Da... Hier runter... Hier hoch. Oh, Mann. Darum... Das fühlt sich an wie Fortschritt. Ach du Kack. Hier ist ja alles dunkel. Äh. Darum. Da rechts. Irgendwo. Ich hab... Gleich... Leiter. Ich hab was geschafft. Okay. 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 Sekunde. So. Ähm. Ist da oben Ende? Ich behaupte einfach mal, da oben ist Ende. Okay. Ich stehe auf diesem Kreis. Hier ist eine Sackgasse. Puh. Okay. Das wird sehr spaßig. Man... Positiv... Zu... Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue. Aber es sieht richtig aus. So. Oh Gott. Okay. Ich hab keine Ahnung, was ich mache. Da ist ein Trainer. I draw Pokemon when I'm home. Das ist sehr schön für dich. Mal wirklich positiv zu benoten. Wo steht der jetzt eigentlich? Da. Okay. Da war ein Trainerkampf. Geh ich jetzt hoch? Nach links? Weiter hoch? Oder auch nicht? Alter, wo bin ich? Hier. Da ist der Punkt. Jetzt bin ich... Okay. Das hat sich so richtig angefühlt. Da bin ich. Jetzt kann ich ganz weit nach links gehen. Hier sieht man mich übrigens. Da. Ich bin da in dem Wasser. Da kann ich drunter her. Da kann ich her. Ich mein... Man sieht zumindest dieses bisschen Wasser und kann sich daran orientieren. Wo bin ich? Geh nach links. Dann kann ich runter. Und es ist ne... Sack... Gasse. Nein, da geht's lang. Okay. Und dann geht es... Hier hoch. Und dann vielleicht nach rechts. Nach links. Und zum Geier gehe ich gerade hin. Hier hin. Auf den Punkt. Ich hab keine Ahnung, was ich tue. Ich nehm einfach mal an. Der Punkt ist... ...ne Niete. Alter, ist das dumm. Hab halt auch keine Ahnung, ob ich jetzt gerade vorder zurückgehe. Trainerkampf. Ich geh richtig. Nehm mich einfach mal an. Was ist das dumm. Oh, ja explodier einfach mal. Kein Ding. Schlaf. 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 Tot. Mach hier mal nen Safe State. Oh Mann. Äh. Noch ein Trainerkampf. Oh, das ist gut. Ich geh richtig. Ich geh richtig. Ficken. Safe State. Jetzt steh ich auf dem Kreis. Und jetzt... ...steh ich... ...hier. Okay. Da ist ne Leiter! Wie komm ich zu der Leiter? Oh, das ist so fies, mir da ne Leiter hinzustellen. Und mich dann nicht mal hinkommen zu lassen. Wo bin ich? Hier hoch. Dann geht es da hoch. Oh, 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 oh. Easy, Partner. Da rechts steht wer. Dann die Leiter. Komme ich an die Leiter ran? Da ist noch ne Leiter, an die ich auch nicht rankomme. Nehme an. Trainerkampf. Perfekt. Ich will nicht mehr. Safe State. Ich kämpfe mich dadurch. Ich bin geduldig. Und ich denke, dass es hier hoch geht. Dann ist noch ein Trainerkampf. Von links kam der. Dann nehme ich an. Ich muss nach rechts weiter. Zu dem Punkt. Und kann hier rum. Dann komme ich zu der Leiter. Oh, danke. Oh, danke. Ich meine, ich kann mich hier ruhig rein save state... Was ist denn das? Das wird ja immer übler. Ich kann mich hier ruhig rein staten. Simpler Grund dafür ist, dass ich Schaufler kann. Auf Turtok. Sprich, wenn echt alle Stricke reißen, schaufle ich mich einfach raus und... Geh meines Weges. Trainerkampf von oben. Oh, nix. Kein Ding. Hässliches, schwaches Marschok. Kein Ding. Georock. Golbert. Georock. Kein Ding. So. Wieso ist hier eine Sackgasse? So, ich mache erst mal wieder ein safe state. Ähm, Leiter. Oh Gott. Ja, aber es ist halt wieder dieses so nahe und doch so fern Prinzip. Wo bin ich? Ich sehe mich nicht. Ich sehe mich nicht. Mensch. Woher das nur kommt? Äh, ich bin jetzt zwischen den Schildern irgendwo. Hier kann ich lang. Da kann ich schon mal nicht lang. Hier kann ich außen rum. Da kann ich rein. Zumindest ein Schritt. Wo bist du? Ja, vielleicht hast du dich verlaufen. Mensch. Das Gefühl kenne ich. I know that feel. I know... Okay, wir wechseln mal. Level 38 Pikachu. Kümmer dich drum. Kümmer dich drum. Danke. Und, yep. Marschocker entwickelt sich. Deswegen habe ich das gerade so ein bisschen durchgepowert. Die Zahl 42 für die Entwicklung wurde mir auch genannt. Und da ist endlich mein wohlverdientes Machomai. Oh, das tut so gut, einen Machomai zu haben. Ähm... Geil! Geil, geil, geil. Pikachu mit 6 HP nach vorne. Und das war... So. Okay, der Trainer steht oben. Dann nehme ich an. Ich kann so wieder über dir herlaufen. Genau. Ähm... Alter. Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, was für Qualen ich gerade verschissen noch eins durchlebe. Äh... Sackgasse? Interpretiere ich das richtig? Hier geht's nicht rum. Da geht's nicht rum. Da geht's nicht rum. Hier geht's auch nicht weiter. Ja, wo denn dann? Ähm... Ich kann auch nicht durch die Schilder durchlaufen. Da oben? Ich komme hier nicht weiter. Doch, hier lang. Und dann hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier runter. Da runter. Sekunde. Da lang. Taste mich gerade halt wirklich so Schritt für Schritt voran. Und... Irgendwie... Da geht's lang. Um das Schild rum. Leiter. Oh mein Gott. So nah. Aber wahrscheinlich doch wieder so fern. Um das Schild runter? Ich komme da nicht hin. So rum. Oh mein Gott. Glaube ich habe gerade was gefunden. Da geht's irgendwann bestimmt... Auch rum. Dann hier runter. Trainerkampf! Oh, danke! Raichu. Ja, das könnte ein Problem werden. Wo ist Knogger? Surfer! Ja klar. Cool. Mensch. Body Slap. Jetzt Pikachu. Pikachu. Pikachu! Danke. Du stehst über mir. Okay. Wildes Pokémon. Ich wollte schon sagen... Da ist eine Leiter! Oh mein Gott. Ist das nicht die Stadt? Das kommt mir so bekannt vor. Oh Gott! Eine Leiter! Oh, ich werde nicht mehr! Bubble Beam! Oh, ich bin schneller. Okay. Lass mich da hin. Bitte! Oh, danke! Oh, danke! Wohin jetzt? Probier einfach mal den Weg hier aus. Der sieht gerade ziemlich vielversprechend aus. Da ist eine Sackgasse. Da unten kam ich, glaube ich, auch irgendwie hin. Geht's hier weiter? Das sieht mir ziemlich wie der Rand... Nein, das sieht mir nicht wie der Trainerkampf. Okay. Wanderer legen Zweige. Zeig mir mal, wo ich hier Zweige herbekommen soll. Dann lege ich dir Zweige. Dummes Weib. Weepin' Bell. Äh... Fuck. Fuck! Fuck! Paralyzed Seal. Danke. Den anderen Paraheiler nehmen wir für Pikachu. Pika, Pika! Du stehst wahrscheinlich wieder über mir. Ja. Okay. Merken wir uns mal. Gehen so an dir vorbei, was nix bringt. Ich freue mich auch schon jetzt auf, äh... Beim Hochladen. Auf die YouTube-Meldungen von wegen, mein Bild sei nicht scharf oder so bei dem Video. Diese Verbesserungsvorschläge, die YouTube neuerdings gerne macht. Ich sehe es kommen. Ich sehe es sowas von kommen. Okay, ich habe gerade scheinbar ein paar kluge Schritte gemacht. Und bin zufälligerweise mehr als zwei Felder weitergekommen. Nur um mich jetzt wieder in der nächsten Sackgasse zu finden. Wo gehe ich hin? Was mache ich hier gerade eigentlich mit meinem Leben? Trainerkampf. Wow. Hi. Äh... Funk. Ja, grabt ihr mal wieder euer scheiß Loch. Alpollo. Donnerblitz. Noch ein Donnerblitz. Wieso kritischst du mich? Und Kadabra. Das macht so awesome. Ich habe Angst zu sterben hier drin, deswegen... Nein. Runter von dem Fahrrad. Das bringt mich nur noch mehr durcheinander. Ich sagte runter. Runter davon. So. Super Trunk für Pikachu. Super Trunk für awesome. Warst du wieder... Ja, du warst wieder über mir. Okay. Ich meine, ihr als Zuschauer habt jetzt natürlich super viel von diesem Video. Vor allem optisch. Aber wenn man bedenkt, dass ich mich hier wirklich durchquäle. Also, jetzt mal ganz ehrlich, so ein Test. Wer das Ganze bis hierhin guckt, der schreibt jetzt einfach mal... Also, wer das wirklich bis hierhin gesehen hat... Übrigens ist es scheiße, dass da eine Treppe ist und ich nicht hinkomme. Wer das wirklich bis hierhin gesehen hat, der schreibt jetzt mal Pustekuchen in die Kommentare. Fände ich voll nett. Einfach, um zu sehen, ob es wirklich Leute gibt, die das machen. Ich werde diesen Tunnel als einen Part hochladen, um das einfach nicht über mehrere Tage zu strecken. Leiter. Oh mein Gott. Trainerkampf. Fucking Feuerwirbel. Tangela, wir wechseln auf Awesome. Putzen sie weg. Sie stand rechts von uns. Noch ein Trainer. Oh, ich sehe diese Trainerkämpfe halt wirklich als Symbol für... Hey, hier sind... Hier ist der richtige Weg. So, Blitzer. Wir puddeln ein Loch. Aquana, wir geben dir mit zwei Borschnabeln. Perfekt. Item. Habe ich Eta? Max Eta. Ne, den will ich nicht nutzen. Supertraum. Für Machomai. Wo warst du? Links. Okay. Ja, und du bist jetzt total durchgeschwitzt. Da ist ein Punkt, auf den ich drauf kann. Ähm. Ich habe schon wieder keine Ahnung, wo ich hingehe. Da ist eine Leiter! Ah, wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Geht es hier irgendwo hoch? Irgendwo? Ja? Ja? Vielleicht? Okay, es geht hier nach links absolut nicht weiter. Nach rechts. Mehr Punkte. Aber das war es hier halt auch. Es geht hier runter. Oh, es geht hier runter. Es geht zu dem Punkt. Dann komme ich da zu der Leiter. Oh, finde ich kann... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Fick! Dieses... Spiel! Ich will nicht mehr. Weiter.